Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World Together Joe hat jetzt das Level einfach schon mal geschnappt und raged komplett ab Nein, weil, als wir den Partner verwendet haben, habe ich ja schon das Level gestartet, deswegen Stimmt, das habe ich aber rausgekartet, Depp Ich höre deine Tür klingeln Das ist nicht meine Tür, das ist die Musik der Türe Also es ist eure Tür Klingel Nein, das ist im Game drin! Was? Ja, dieser Tür Klingel Sound gehört zur Musik des Games Halt die Schnauze! Ey, ich meine das ernst! Okay, okay, wir ignorieren das jetzt mal, die Tür Klingel haben mich jetzt echt irritiert Auch wenn du das nicht... AHHHHH Marco 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 Es war... Mein Telefon So hört sich also dein Telefon an? Ja, weil ich telefoniere nie mit dem Telefon, ich habe das nie, aber jetzt liegt es halt bei mir im Zimmer, deswegen hatte ich mich das gerade auch irritiert Ich habe jetzt erst doch gedacht, dass wenn du so eine schwule Tür klingel Ich habe gedacht, dass ich gehört zur Musik des Spiels dazu Alter, nein, ich habe es nicht gehört, ich habe es nur aus deinem Headset gehört Oh Im Inhalt des Spiels ja nicht Okay, okay Okay Marco, heute warst du mal ein bisschen dumm Ja AHHHHH 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 Boah wie langsam er rennt, der hat zu wenig Ecstasy gesoffen Pfff Hättest du auch gerne AHHHHH Pfff Was? What? NEIN NEIN Hört doch auf AHHHHH AHHHHH Hättest du auch gerne, ne? 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 Ihr könnt aber nicht auf die Plattform stehen, weil ich es kann AHHHHH 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 Ja doch nicht so Die Sprungtaste hat nicht funktioniert Jetzt weißt du, wie es mir geht Verzögerung halt AHHHHH UAH UAH Skill Nach drei Versuchen Was? Es war's schon? Klar Nächstens sind die Levels hier kurz Dude Ich weiß aber, was ich nach dem Level gleich machen werde Und zwar gibt es auch ein Level, das wir übersprungen hatten Wo muss ich hin? Was? Ähm Wahrscheinlich musst du das Level machen, oder? Beweg dich mal Ja Okay Chocolate Island 4 Oder? Ja Ahja Rutsch Wat der hell Auf die kannst du nochmal draufstehen, rutsch aber nicht Ich hab Angst vor dem Level Ja Oh mein Gott 20% Hol sie dir Was? Wie viel Angst ich vor diesem Level habe Das sieht einfach so random shit aus Da kommst du nicht weiter, du musst nach unten Bei den anderen Plattformen Ist da unten irgendwie der Abgrund? Ich weiß es nicht Ja Okay, du kannst auch auf die Plattform da unten, aber die geht dann schnell, die fällt dann nachher zu Boden, also muss dich beeilen Jetzt muss ich Arco Ja, ich will Genau Alter, drei One-Obs liegen da gehört Ich hol die mir Aktiviert abends, das werden sie ja schon lange ersoffen Das wird jetzt zu riskant, du Heil Hitler Nein Haha Sehr riskant Alter Sehr riskant Ja halt echt riskant Um Skill hätte man jetzt nicht gerechnet, Marco Das war die schwerste Stelle des Spiels, akzeptiere jetzt Ja Austria Modus by the way Noch, ja Ja Da komm ich nicht ran Nein, nein, das Level hat kein Secret Exit Nein, dann hat noch keins Boah, der erste Gegner Das, das ist der fette Monty-Werhof, bei dem ich gedacht habe, es wird dieses eine Nass geliehen aus Kamik's Island Ja Wer das nicht versteht, muss das Kamik's Island LP verfolgen Stimmt, die können mich ja Und die sind drei davon Und die kann man doch tippen Ja, logisch Du warst unter den Ja, ich weiß Sprungtaste Ich wollte es doch Und dann passt du dir auch deinen schönen First-Try zum Schritt wie ich Ja, ich wollte es im First-Try, man Ja, natürlich Oh, nein Du nicht Komm her Ja, Marco Ja, Marco Siehs, siehs ein Wir beide werden alt Lass uns bei Show spielen Yes Zweiter First-Try dann halt Aber leider nur 60 vor Second-Try nennt man sowas Warum, warum sagst du Ach egal Ich hab Tuch verstanden Ich zerstör mir wieder alles Sehr schön, Marco Wundervoll Wenigstens zwei Yes, über die 40er kennst du Jetzt hab ich 41 Du bist bei 44, ich hol auf Und von den Punkten hab ich 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 Wehalten aber deine Nummer in Kauf Ja Kann ich erst nach, wenn ich beim Level bin Also der lange Ja, ja gut es wird ein langer rückweg und müssen wir haben etwas vergessen das wird ein schöner lang marco unterhalte die anderen ich habe eine lange reise vor mir 5 27 7 6 0 ist die zahl okay während schon hier sein backtracking abenteuer bestreitet merke ich natürlich immer echt verdammt du bist noch ein bisschen weiter vorne um 30.000 punkte ja und wieso fällt dir eigentlich auf dass wir das nicht gemacht haben naja weil da gibt es noch ein da geht es wird uns dann auch so eine bar zum teleporter wo uns das zu sparen sternwelt bringt das weiß ja okay alter diese torpedos so nennen wir sie jetzt aber leider hat mich schon mal wie komme ich da bitte ihr könnt ihr auch ganz durch schwimmen aber ich heute gerade war schwarzen genau deswegen hasse ich was ich auch die hast du eigentlich so gut wie jeder oh gott ne was war mal da hatte aus drei worten und noch zwei bars war so ist der dritte der der eine muss sich aber absehen alter schwäche gestorben oder basch war bleibt da oben bis die barsch was weg sind dann schaffen wir haben aber auch knapp wir habe ich wie auch immer ich das jetzt geholt habe ich weiß es nicht alter lauf lauf einfach so viel kann man nicht haben 100 prozent die final wand die wall of barsch war lauf 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 ja das feiere ich mit 21 punkten 99 hat er jetzt also nicht exakt schade aber meine rückreise ist noch nicht vorbei es gibt noch ein level was wir nicht gemacht haben eis road aber die willst du doch noch gar nicht ich weiß ich wollte noch alles sagen ach du scheiße solange du kein pizza aktiviert das ist alles gefährlich aber ich muss ihn aktiv könntest du eigentlich der programm macht einen friskant aber ich muss sie doch aktivieren lieber mit mir ist es mir ist es aufgefallen als ich ihn schon berührt habe dass ich ja sterben könnte weil ich habe nur 90 sternpunkte doch nur ein punkt ja da ist eine punkt vom letzten part ja anspielung auf mario kart nein marco ach ja stimmt ich vergesst es immer man nein ich habe bis jetzt immer den ersten richtigen punkt aktiviert ich bin einfach gut im raten sage ich den vergleich was ich damals war das scheiße geht zum mittelpunkt idiot ich will aber die münzen nein mein telefon klingelt nummer nummer unterdrückt stirbt dran nein das ist mein telefon nicht mein handy ach so haustelefon ja genau deswegen hat es mich ja irritiert weil ich den tod noch nie gehört habe weil ich mit dem haustelefon eigentlich nie telefoniert ja jetzt hat sich das telefon verwirrt ich weiß sein telefon weg und was ich gerade merkt mein telefon geht fünf minuten nach als es erst 14 nur eins und wir haben hier schon 14 6 ach du scheiße was das war echt eine troll taktik weiter so also oh god hey du hast es ja schwer fuck alter der und mich der und dich definitiv yolo oh ne hast du dich berührt yolo yolo alter ok weiteres haben wir geschafft was hast du jetzt noch vor dir gut dann werde ich jetzt wieder meine rückwitz so nicht hier zurück zu machen gehen marco gehen sondern wir haben noch etwas vergessen ich hasse diesen rückweg kann man nicht einfach irgendwie abkürzen das sei jetzt schon modus einfach drüber fliegen was haben wir denn bitte vergessen das wirst du doch sehen das oben haben wir gemacht ja gut okay das haben wir auch sagen wir auch ich bin stolz auf mich ich kontrolliere die münze ich kontrolliere die münze ich kontrolliere die münze ich kontrolliere die münze okay schaffst du es kurz allein zu unterhalten ich bring das telefon ich habe soeben meine telepathischen fähigkeiten benutzt und habe die münzen kontrolliert wie das funktioniert es man muss diesen block erst einmal aktivieren damit man nachher die münzen freilässt und während die münzen frei sind könnt ihr mit dem analog stick die münzen kontrollieren und ich habe soeben die 20 prozent eingesackt hua 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 gut okay und dazu direkt die 40 prozent das ist natürlich sehr schön weil wir ein stern bekommen der mir natürlich weg fliegt und plötzlich haben sich meine gefühle wieder umgeleitet denn irgendwie hatte mit dieser stern doch nichts bedeutet nachdem luigi eine lange reise hinter sich gebracht hat sieht er schon fast das ende des levels aber nur fast diese ich weiß gar nicht wie diese schwarzen piranien das nochmal heißen schreibt es in den kommentaren damit ich wieder weiß was passiert ist das war natürlich wieder ein fall pur aber wir müssen tapfer sein denn ich habe soeben eine röhre gefunden und es hat uns wieder die auswelt befördert sie springt vor freude und wird zum ballon weil event wird obwohl es eigentlich unlogisch mario ist eine dicke klemmt und nicht unser mama luigi deswegen fliegen wir jetzt einfach so hoch was das zeug hält wir werden nie wieder zurückkehren das war's ach fuck so geschichte zerstört und luigi tauchte wieder in die eiswelt auf luigi fragte sich was er falsch gemacht hat er konnte leider nicht mehr zurück in die röhre aber wir werden jetzt waren auf ein sacken ja und ich nehme noch mit für eine für ein pilz natürlich ich habe mich gerettet und die eiswelt haben hinter uns gebracht und jetzt habe ich insgesamt 25 sternpunkte das bedeutet wieder für ein scheiß fallen schönes bonus game und ich werde mich jetzt viel besser schlagen damit habe ich nicht gerechnet ich will ich nicht okay gut dann haben wir jetzt das donut ziel hinter uns gebracht und wie es wohl aussieht ist marco immer noch nicht zurückgekehrt wahrscheinlich plant mario grad seine strategie wie am besten wendys panzer stehen kann und es mehr schmeißen kann mehr schmeißen kann und natürlich muss dieser plan ins detail geplant werden weil sonst können kann mario die shell von wendy cooper nicht nehmen und es ins meer werden das ist so nicht möglich mario muss es ins detail planen und wie ich höre ist irgendwas worum ging es in deinem plan also um marios plan okay es ging darum wie mario am besten wendys panzer ins meer schmeißen kann in welches meer das meer von die vom dinosaurier land achtung warum stirbt der nicht wo ist der wurde getötet wundervoll genau wie du ich so sie hat ein hartes abenteuer hinter sich wie schnell wie lang war ich weg ich habe keine ahnung mich weniger bis wenigst bist wieder da krantel ist leider jetzt auch wieder da aber sie hat der laptop zwar schon gestartet aber kreissegen gott für das hier sollte es noch reichen ich weiß dass ich in dem video wahrscheinlich desynchros singe kreissegen gott für das ist ganz genau wo du stehen musst nein eigentlich nicht glück gehabt ganz ehrlich nein da ist noch ein item da ist kein item im blauen nicht weiter weißt du was das für ein troll wäre aber ich musste ja hoch du kannst doch die kentensägen spin jumpen weiß ich aber nicht zerdäppern wie kannst du nicht zerdäppern nice try das ist darauf geschaffen geht mit dem pilzmann ich sterb hier okay das habe ich nicht verarbeiten können okay das ist da okay der tötet dich direkt okay das sind insta teile scheiße ja ja klar jetzt auf einmal nicht mehr sie wollten glaubt nur mein pilz loswerden es war kein pilz das vertschätzung trotzdem ich hab hier mal so gut und jetzt kommst du nicht durch wendy hat ihr castle natürlich richtig hässlich aufgebaut daher kann sich mario nicht richtig auf seine mission konzentrieren die den panzer wegzunehmen was von panzer worum geht sie ich kenne die mission nicht du musst mich schon ein wein das ist marios mission nicht deine mission und eigentlich mal das mission das apg game ist nicht das aber gegen der heck meine ich nein ich schaffe den kampf nicht ja viel zu wenig zeit mir scheißegal du kannst eigentlich gleich anfangen was du fetter fettsack du fetter fettsack also doppelt beleidigt doppelt beleidigung nützen nein du gehst ja links ja und ok gut das kannst du dann wohl machen wie lange schon auf 19 minuten das level packst du noch gut aber ein handicap hätte es das haben wir gemacht so also das stimmt das ja nur das deswegen ich werde mir eine feuerblume eine feder und ein joshi mitnehmen ich meine krallen gut auf geht's die rückreise mit joshi jetzt wird jetzt können sich luigi's beine wieder ausruhen haben wir jetzt alle secrets gemacht bis jetzt habe ich wieder alle nachgeholt das heißt sie sind wieder als richtig okay gut das heißt du hättest die rückreise so oder so antreten müssen ja ok das wollte ich doch sagen die rückreise wieder zurück luigi ist zurückgekehrt und macht sich auch nun bereit wendy den panzer wegzunehmen ich habe das einzige was ich gehört habe mithilfe das einzige was ich gehört habe ist also was ich noch vom plan gehört ob das war der panzer packen muss und ins meer schleudern muss ja das war eigentlich die ursprüngliche mission aber wir müssen wir müssen erst mal anstellen wie wir an den panzer rankommen mario musste zuerst mario braucht erst mal einen geschickten plan von luigi ist einfach behauptet das hat niemand gesehen er stirbt wieder jetzt auch mal geht's dir noch gut decke so so da du viel langsamer bis ich noch richtig ja das ist es hätte ich schon geschafft aber ich hatte keine zeit mehr deswegen ja das wäre erst recht mies wie scheiß auf diesen block so dann zeigt man hat masterplan gut erst mal müssen wir es müssen wir gesicht treten dann ihre schleife gut und dann den faker ignorieren das ist nicht so geplant wendy hat den plan zerstört nein wendy kann den plan niemals zerstören ich habe es rückgängig gemacht und jetzt auch ich wollte mit einem panzer krallen und somit ist die mission fehlgeschlagen aber wendy cooper wurde ausradiert aber leider nicht von mario sondern von luigi also die mission ist mega fehlgeschlagen nein war aber ja du die angeheuert die mission zu erledigen der arme kleiner bruder muss alles tun so hast du dir eigentlich schon diesen lego movie angeschaut soll dir bitte an der film ist echt gut okay der ist echt gut da kommen auch batman und alle drin vor ja werde ich machen gut ja wie mir gestern reingezogen der ist echt mächtig gut so macht doch dieses level ist sehr will es kurz wirklich ja okay aber es ist trotzdem ein unterwasser level oh fuck sanken ghost ship okay ja ich kenne ich erinnere mich daran du musst mich helfen du musst mir helfen wow fast gleich vom ersten gegner gestorben nein diesmal nicht diesmal nicht du wichser also das war jetzt schwierig ey dieser formale zeit dreckspilz wo sich zum f*** gehst du hin also ich dachte ich muss dann ich muss weiter ich hatte noch gesagt das level ist kurz du musst nur noch obwohl ich glaube die buches werden da kommen ja ich warte ja schon die ganze zeit darauf dass sie kommen ja aber nachdem hat man es dann geschafft wo alter self lauf 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 du fett zack hat sich auf ihn drauf gesetzt hat aber die hatte aber danach in der aber danach einen schwanz gebissen ich dachte schon die sind weg deswegen habe ich nicht mehr gedrückt das packst du glaub mal an dich ich erkenne ein system dahinter ich nicht doch doch es gibt immer eine freie stelle weiter bei mir das kann du hast doch du gestorben wärst fuck was soll die kacke safe gut jetzt bin ich tot nein ich habe es geschafft oh mein gott der boho kommt Jason mein verlorener bruder oh mein gott ok doch nicht stein an stein an stein an lauf 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 wenn die lücke frei ist jetzt jetzt flieh du nah guck ihn an wo ist die volle hitlerblick lauf 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 der hitlerblick haben wir es dann mal yeah nein warte ich sterb bestimmt oh nein ich hab das level damals wirklich schwierig die 100 prozent zu sammeln ich hab's auf dem gameboy gehasst ey dich will ich auch weil du hässlich aussiehst der spielst du kommst du nicht ran du bist so schnell für den pilz komm doch schackeln ja natürlich ich wollte grad saven aber ich habe es mir anders überlegt ich weiß nicht mal wo du bist safe das nicht was wow stein an stein an okay er tut uns einfach für die störtlosen fail ich werde jetzt natürlich selben wenn er die röhre betreten hat so ich bleib jetzt einfach hier jetzt jetzt ich bewege mich nicht ich habe mich einmal nach rechts bewegte 20 prozent du bist ein idiot du hast den pilz irgendwie krank 21 prozent waren wichtiger ähm marco sofort in der mitte ja ich weiß fickt euch doch doch aber keine sorge ich habe diesmal früher gesaved das heißt du kommst hier direkt zu der stelle ich weiß wo ich bleiben muss zwar einfach hier dreckskuper ey wow wow jetzt kommt auch noch so ein kooper töte dich instant heute nicht oder du ertrinkst heute nicht gut dann wählen wir das und jetzt genießen wir noch schnell die freischaltung hallo siebte welt Anna warte mal es gibt doch nur sieben welten in world gell ja okay okay gut da werden wir im nächsten part die final luigi kommt danach warte mal wir haben wir selbst sechsten welt das secret noch gar nicht welches secret geh mal zurück und jetzt die röhre ganz links über dem schloss das ist die röhre von der recht diesen beide kompatibel du erinnerst dich an das seine lab was ich gemacht habe ach so okay ja du erinnerst dich da ist ja noch eine zweite röre okay 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 ähm gut dann werden wir zum nächsten part in der final welt wiedersehen und bowser gehöre ich den hinteren vertreten das erinnert mich an floß heck sposer schule kommt zu mächtig okay gut ähm falls dir der part gefallen hat ihr wisst wie ihr uns unterstützen könnt Joe's Channel findet ihr wie immer in der Videobeschreibung bis dran und hatte tschü geht willst du bläh 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 Bis zum nächsten Mal.